oh guck mal her oh guck guck hier haben wir ein paar püppchen hallo christina hallo anna so was wollt ihr hier machen wir jetzt eine stabile puppen party hier jetzt habe ich hier die gemälde sind dass die gemälde von dem von dem einen sind das die gemälde von dem von dem einen aus dem ersten teil ich glaube ja vor allem das bild oder ich weiß gar nicht sind es die gemälde aus dem ersten teil ich ja you think yourself an artist die hat fun die hat fun breaking his bones kicking them watching him spit blood they were proud of themselves you're mine you have nothing to say ja ich glaube schon ich glaube ich habe mehr zu sagen als du mein püppi da wachsen hände auf sind kann ich den drehen nein und kann ich das nicht nehmen ich kann das nicht nehmen leute ich kann das nicht nehmen ich finde das ding der nimmt es nicht nein no voice no characters no talent nein nein Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist auf jeden Fall ein gesunkenes Schiff, hier ist alles voller Algen und Wasser und Blubberblasen. Du, ich glaube dein Bein ist verdreht. Du kannst schon fast durchgehen in YMCA. Kannst du was? Nö. Lunaria, hi. Also noch geiler finde ich die Wandlichter und Deckenlichter von Outlast Trials, die finde ich geil. Diese zerstöckelten Menschenteile, wo dann einfach eine Glühbirne drin steckt und leuchtet. Geiler geht's doch nicht, oder? Alles klasse. Alles klasse. Gell? Mama, Memo, auch dieses Bild will ich haben. Ein Nacktmull. Ich will es finish it. Okay, dann mach es. Finish it. Finish him. Fatality. Last Exhibit. Recreation of Exhibit opening with piano. At home. Orubarus. Geil, das ist ein schönes Bild, Bella. Es hat was. Das haben wir doch schon gesehen. After all these years, they still listen to you. Leonardo da Monte. Finish him, where du skenst. Mortal Kombat. So sharp. After all this time. Okay, da waren wir. Ist hier was Neues? Ja. Haben wir schon gelesen. Und hier steckt... Hier ist wahrscheinlich nichts Neues, oder? Aber hier immer was Neues war ich diesmal nicht. Nein! Quegi, nein! Hab ich nicht. Die ist aber auch sehr teuer. Ne, abgegeben, oder was? Da liegt nichts. Was haben wir? Oh, was haben wir alles? Das sind die Bücher. Schreiben wir da. Charakter, zieh es durch. Ich lasse dein Herz bluten. Was ist los? Mir wurde gesagt, dass du noch nicht am Set aufgetaucht bist. Es ist, als hättest du dich in Luft aufgelöst. Der Regisseur schien jedoch zufrieden. Warum auch immer, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich hoffe, es geht dir gut, dein Freund und Agent. Gut, haben wir hier noch? Ja, stimmt, hier haben wir noch was. Erstmal das. Wo welche waren? Das sind drei, drei. Die vier wollen. Sistig, James. Du möchtest hier im Park? Ich... Ich weiß nicht. Du wirst nicht wissen? Ich... Ich denke, ich mache. Ich kann hier sein. Ich kann jemanden sein. Verdammt? Du kannst dich sein, jemanden du möchtest. Ich... Ich denke, ich muss mich sein. Ich kann jemanden sein. hat denen ihr vater die kinder gezwungen schauspiel zu schauspielern wir haben echt viele kassetten liegen lassen und die eine konnte ich gar nicht aufsammeln das nervt mich das nervt mich echt alter karten 1234 sechs oder so haben wir liegen lassen kann ich jetzt eigentlich hier rein diesmal die blume wahrscheinlich hätte klappen können auch aber Wow. 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 Wir haben schon ein Boot, ein irgendwas und nochmal das. danke 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 leute kommt wie so viele bilder mal 1 2 3 4 5 6 7 8 wahrscheinlich hier neun zehn boah alter wie viele bilder den charakter formen wendepunkt mach einen schritt zurück atme durch denk an die momente die das leben verändern durchgestrichen narben die sie beschreiben passt eh ja jetzt wird die puppe ganz oder nee da fehlt noch der kopf jetzt kommt der nacht kveg ihr akkurat so da hast 1 gloriaus act And then The best silence Okay Um Yep Huh? Huh? Was eine stylische Hundehütte Der Hunde hat sogar einen eigenen Piratenhut Wie fresh ist das? Woher komme ich dir nicht rein? Eigentlich war hier immer eine Luke Ah Okay Shut open Wir sind so nah Ich kann es spüren Es darf keine Zweifel geben Kein Zögern Nur unser welchem Willen Das ist es was wir haben Das ist es was wir sind Endlich Ein bisschen wackelt das Boot Von leitender Sicherheitsbeauftragter Haben sie die Kinder umgebracht? Okay Jetzt bin ich gespannt was hier rauskommt mit den Kindern Hier Hier Studiere Stimme irgendwas Hier ist abgesperrt Hier liegt nichts dran Da ist auch nichts Da ist auch nichts Jetzt gucken wir mal Ah da haben wir ein Gemälde Was war das? Geht ihr jetzt auch? Nichts Nein Lillie Kapitän I found it. But it's empty. It's all gone. Steady yourself quartermaster. Return to the hideout. I'll keep searching on my own. I can help. I said go. I said go. Can I do that too? I don't know. I don't know. You and them. Both have no future without me. Go on. Be there for her. Like she was for you. Du bist also der Bengel. Du bist der Bengel. Schöne, leuchtend weiße Augen. So. Nehmen wir mit. Tschau. Da ist was gerannt. Ich renn auch. Okay, da geht's nicht weiter. Also zack, da krieg ich. Haben wir hier irgendwas? Ne, mach mal zu hier. Schmäh. Nicht so ganz koschel hier alles. Okay. Das ist so ein bisschen wie Resident Evil. Ben, okay. Ganz schön. Da gibt's eigentlich nichts hier. Nix hier kann man haben. Hä, warte, ach da ist das hier. Hey, ich konnte doch gerade hin. Hallo. Warte, 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 warte. Nochmal, nochmal. Wie geil gemacht, oder? Also das finde ich jetzt cool. Verliere den Charakter, finde dich selbst. Finde den Charakter, verliere dich selbst. Einige. Der einsame Klavierspieler. Ja, der hat mein Ding, was ich wollte. Das wollte ich doch vorhin haben. Danke dir. Nee, gar nicht, Juski, gar nicht. Überhaupt nicht. Yo, Edmund. Okay. Ja. Warte mal, ähm, warte mal. So haben wir dich gewettet, Bruder. Scheiß drauf, wir schießen. Mir ist scheißegal, was du machst. Keine Ahnung, was du machst. Aber wir musst durch... Okay. Hast du toll gemacht. Nimm mit! Radioamt. Oh, nee, mach mal aus. Scheiß drauf. Aus dich, scheiße. Alter, 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 alter. Alter. Wir wohnen da unverfolgt. Wir wohnen da echt verfolgt, Leute. Da wurde es ja fast. Don't do it. Don't do it. Ja, bloß, ich muss. Don't do it. Er warb mich wieder hierhin. Die ist abgesperrt. Hier ist nichts, da ist nichts. Warte mal. Ist ja mal die Tür zu machen. Da ist eine Tür. Bin ich rot, weil es rot ist? Nee, ich bin nicht tot. Oder? Bin ich tot. Merdi, ich auch. Ich komme in das Spiel irgendwie geistig gerade gar nicht mehr mit. Ich laufe halt einfach. Ich laufe und komme überhaupt nicht mit, was hier abgeht. Aber es ist interessant zu sehen, was passiert. Sie hatte gehört, dass sich Kinder an Bord verstecken und war sich sicher, dass die Besatzung sie niemals finden würde. Weißt du, sie war diese alte Hexe. Es muss alles seine Ordnung haben. Und so. Sie werden einer Frau vertrauen, sagte sie. Wir können keinen blinden Passagier an Bord haben, das ist absurd. Ich lächelte und nickte wie immer. Also gingen sie eines Nachts auf die Suche nach ihnen und kam nie wieder. Servus, Banane. So geht es mir auch, Michelle. Aber hier waren wir schon, ja.